Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und habe hier die Western Digital Elements mit 500 GB. Das ist eine 2,5 Zoll externe Festplatte, die auch mit macOS kompatibel ist, wie ihr sehen könnt. Und die packen wir jetzt mal aus. Als erstes haben wir hier das Micro-USB-Kabel. Die meisten externen Platten, die ich kenne, haben ja noch einen Mini-USB. Aber Micro-USB scheint sich wohl durchzusetzen. So, Papierkram. Wie man eine Festplatte an einen Computer anschließt, gut, das wissen wir hoffentlich. Hier die Festplatte. Noch schön eingewickelt, um Kratzer zu vermeiden, denn an der Seite ist das Ganze glossy. Oben dann matt. Vielleicht hätte man es komplett matt machen können, weil es sieht einfach viel besser aus. Aber es ist eine schöne Festplatte. Schön leicht, klein. Und man braucht kein Netzteil, man braucht nur das USB-Kabel. Das war also die Western Digital Elements mit 500 GB. Die Festplatte kostet nur 50 Euro derzeit. Ihr findet in der Videobeschreibung einen Link dazu. Die Testergebnisse findet ihr auf newgadgets.de. Die kommen dann bald. Abonniert auf jeden Fall meinen YouTube-Channel. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare damit. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.